Da haben wir doch gerade ihr Regal. Laufen wir einfach mal hier lang. Ist euch schon aufgefallen, dass im Meer voll die grüne Insel ist, mit Bäumen drauf? Creeper! Gut, dass ich so ein guter Creeper-Scharfschütze bin. Ein Creeper-Scharfschütze, das ist dein neuer Beruf. No. Okay. Werde ich mir mehr. Das können wir die Folge ja nennen. Ich glaube, die hat... Oh nein, 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 oh nein. Ich habe wieder eine Fickgröße gefunden. Oh, hier ist ein Schild. Hier, nach draußen. Oh, Gott sei Dank. Warum findet ihr alle Connors Weg? Warum kommt ihr alle dahin? Alter, weil es so viele fucking Wege gibt, ist es eigentlich... Äh, hier sind... Nee, hier ist Lava, hier sind keine Fackeln. Äh, Brunnen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ah, ich habe schon wieder eine Kiste gefunden. Ja, aber ich bin im Wagen auch keiner. Nob-Spawner. Wie? Ja, es gibt so viele Gänge, wo wir noch... Willst du mich verarschen, Connor? Hier geht's... Wo geht's denn hier zum Brunnen? Du musst den unteren Weg nehmen. Da oben, es gibt immer so eine Treppe hoch, wo in der Wand geht und dann noch einen ordentlichen Weg. Brunnen? Achso, den, achso, hier. Ja. Den muss ich nehmen. Jungs, ich habe Angst, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich laufe jetzt einfach, bis ich nicht, bis ich nicht, bis ich keine Abzweigung mehr finde. Hier muss ja irgendwann mal Ende sein. Oder? Äh, haben wir schon ein Bett in dieser Dingshöhle? Dings da? Ja, Haupthöhle haben wir Betten, ja. Äh, über welchen Weg komme ich eigentlich da hin, in diese, äh, in die Höhle? Haupthöhle? Äh, von außen? Ach ja, stimmt, wir haben ja den Dings, stimmt, ja. Uhu, ich habe ein Ende, ich habe ein Ende gefunden. Ich habe jetzt schon die dritte Kiste gefunden. Oh, es ist Abend oder so? Sieht so aus. Keine Ahnung, ich bin in der Höhle. In der Höhle ist immer Nacht. Man muss ja nicht überall Creeper sein. Warum? Weil Minecraft ohne Creeper nicht Minecraft wäre. Sondern dein Craft. Nein, das ist nicht richtig. That's not true. Creeper. Oh, ich habe schon wieder einen neuen Weg gefunden. Ich glaube, es hat gerade angefangen zu regnen, als ich runtergegangen bin. Ich baue gerade 500 Kilo Kohle und Eisen. Nein, meine zweite Spitzhacke. Sag nicht, ach nee, das ist nicht meine zweite. Hä, wir haben, wir haben, Marcel, wir haben irgendwie drei Stacks Eisen oder so in der Hauptkür. Ich habe auch noch einen dabei. Einen ganzen Stack? Ja, unverarbeitet. Achso, ja, kann man aber schnell ändern. Äh, wo sind denn... Ah, Marc, du bist wieder mal unter mir irgendwo in der Nähe und jetzt rennst du gerade an mir vorbei. Gehst du gerade die Treppe hoch? Ja. Warte mal, ich höre hier irgendwo ein Skadet schießen. Ich glaube, es ist hier. Ah, hier. Der Gang, den ihr gebaut habt, die Treppe, da gibt es einen Nebenweg und da sind Zombies und... Den haben wir extra da gelassen, weil da die Mine direkt war. Als... Ah, ne, 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 nein, nein, nicht noch einer. Ihr wisst schon, dass hier überall Zombies und Skelette sind. Ha, gerettet. Mag ich komme von hinten gleich. Oh Gott, hier geht es ja noch weiter. Ja, den... Nein, noch ein Creeper, warum sind die mal ein Creeper? Ich habe noch gar keinen gefunden. Gut, so. Und ich habe so das Gefühl, als wäre hier ein Spinnenspawner, weil hier überall hässliche Spinnenweben sind. Ja, das habe ich auch gesehen. Dann bist du ja quasi direkt neben mir. Wo seid ihr? Vielleicht habe ich mich ja an mir vorbeirennen sehen. Jungs, wo seid ihr? Das ist ja so. Oh Gott, hier geht es auch. Ah, hier sind Koppels. Ah, da ist das Spinnenspawner. Hier muss schon mal jemand gewesen sein. Wasser, Wasser. Wo bin ich hier? Ey, ich bin in der Mine, oder? Moritz, wir sind die ganze Zeit in der Mine. Nein, aber in der Mine. Da, wo die Hauptmine ist. Hallo, Marcel. Hallo. Ich battle mich hier gerade mit Spinnen. So, ich fahre da rein. Oh. Oh, ich bin vergiftet. Ah, egal. Irgendwie spackt mein Schwert gerade etwas. Es sieht auch extrem witzig aus. Alter, was tut diese Spinnen da? Boah, was? Irgendwann von euch nahrt. Hä? Tötet diese Spinnen bitte hier. Sie macht mir Angst. Sie ist tot. Alter, könnt ihr aufhören, so rumzubagen? Oh Gott. Au. Oh, ich bin vergiftet. Ja, das sind wir beide. Jungs. Was ist los in unserer Haupthöhle? Also unten ist... ist Nahrung. Ich weiß, ich wollte nur wissen, wie lange wir jetzt noch machen. Bisschen noch, oder? Ja. Ah, jetzt die Folge jetzt noch zu Ende, okay? Ich weiß, keine Ahnung. Oh, hier ist eine lustige Spinnen, die ich jetzt abschießen. Ja, dann sagen Sie, vielleicht noch... Bisschen noch fünf Minuten, zehn Minuten, so. Schon wieder vergiftet. Creeper. Ja, wenn ich spiele, dann wird man vergiftet, sobald man sie berührt. Warum sind wir eigentlich in unserer Höhle die ganze Zeit... Oh Gott, ich sterbe. Marcel, bitte nicht. Oh Gott, ich lebe noch. Alter, ich müsste mich irgendwie... Hey, wo ist hier der Treppeneingang? Achso, hier. Los, Creeper. Show me what you got. Ich muss hier raus. Ha. Ich muss hier raus. Hier ist doch bestimmt ein Creeper spawnen. Fug. Okay, ich hab mich schon mal ins Bett gechillt. Alter. Ja, wollen wir jetzt nicht einfach einen Cut, wenn ihr alle im Bett chillt? Nein, ich bin nicht im Bett, ich weiß, ich hab mich verlaufen. Wo bist denn du? Ich muss die Treppen wiederfinden und... Oh Gott, hier sind Schienen. Ey, Marcel, kann... Hilfe. Ich war doch gerade eben noch bei der Treppe. Ja, da warst du gerade eben noch neben mir und dann bist du auch einmal weg gewesen. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, Hilfe! Wo ist er? Marc, was ist da los? Es ist ein Creeper. Und wo ist das Problem bei einem Creeper? Er ist tot. Nein, es ist alles, alles okay. Ich komm bloß nicht mehr raus. Also ich weiß nicht mehr, wo die Treppe ist. Okay. Ich bin nämlich gerade wieder bei Schienenabbau. Warum? Weil ich dadurch, durch den Gang, wo wir gerade waren, mit dem Spinspawner wieder in einen anderen Minenschacht gekommen bin. Und hier spawnen Creeper, Spinnen und keine Ahnung. Oh Gott, es gibt eine Abzweigung in diesem Minendings. Und es ist... Ah ja, die Tür. Es ist schlimm. Marc, du bist sehr weit weg. Äh, Jungs, ich bin mal weg. Ja, haust du rein. Wir machen noch einen Augenblick, ne? Jo, bis dann. Tschö, tschö. Auch an den Bewerten. Marcel. Ja. Hättest du Lust zu kommen? Äh, ja. Du bist nur sehr, sehr, sehr... Ja, ich weiß, dass ich sehr weit weg bin. Aber es ist einfach... Naja, okay. Es ist einfach zu finden. Aber nicht mehr einfach wegzukommen. Oh Gott, hier geht's auch noch. Okay, hier bist du langgegangen, wo ich vorhin nicht weiter wollte. Ja, falls dir Schienen auffallen, baue sie ab. Ich finde auch die ganze Zeit Schienen. Ich baue gerade noch jede Menge wieder Eisen ab. Du müsstest jetzt direkt neben mir sein. Hallo. Hallo, es geht da... Es geht da hinten noch weiter da. Also in die... Du läufst dann da hin, ich lauf wieder zurück. Und ich bin ein Spinnerzeug. So, äh, wo ging's denn jetzt hier nochmal? Ein verschütteter Gang. Hier. Hier ist auch Wasser. Lassen wir uns treiben. Das hat's gebracht. Das hat's wirklich gebracht. Ups. So. 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 Das war das, wo Marcel war. Ach, hier sind Schienen. Okay, hier fließt wieder mal. Was? Äh. Okay, die Mine kann man aus dem Meer sehen. Oh Gott. Mark, diese Stützpfeile sind nämlich direkt am Meer. Hier geht's wieder nach oben. Also noch ein Gang, aber der ist noch eine Ebene weiter oben. Ah, da bist du. Da oben geht's weiter. Ja, hast du schon gesehen. Gut. Ich baue mal wieder tonnenweise Eisen ab. Schön. Wir haben außerdem vier Diamanten insgesamt, also... Wow. Nur an unterschiedlichen Orten, leider. Ging's hier noch weiter? Äh... Nein. Okay, ich glaub, das hier haben wir zu Ende erkundet, ne? Ja. Wo... Du weißt, wo's wieder rausging? Ja. Ja, ich... Ah, hier ist noch was Unerkundetes. Obwohl... Hier hinter sind... Es interessiert mich, was jetzt hier hinter ist. Hier ist Eisen, ne? Ich hab hier auch wieder jede Menge Eisen und Schienen. Und ich grad mich zu den Zombies sind. Das ist immer ein Zeichen, dass es hier noch weitergeht. Es sind... Also ich hör die ganze Zeit Zombie-Geräusche. Das ist... Unmöglich. Ich müsste hier irgendwo daneben sein. Irgendwie unter uns. Ah, hallo. Was sind die denn? Oh nein, eine Cave-Spider und... Und Zombie und Creeper. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Das ist nicht toll. Aber ich weiß ja, wo ich... Deine XP hoffentlich krieg ich... Oh Gott. Und ich kriege immer noch Damage. Warum krieg ich immer noch Damage? Hoffentlich kriegt das mein Internet und mein PC hin. Wenn hier nicht die Cave-Spider wäre und mich jetzt rapen würde. Im Spawn? Nein, also ich bin wieder hochgegangen. Ich muss mir erst ein Schwert bauen. So. Okay, das Einzige, wo man dich loszieht, ein Schwert. Ich war noch nie gut in irgendwelchen Monster-Ding festmachen anhand des Sounds. Okay, die... Oh Gott, da ist noch eine Cave-Spider, ey. Ich könnte kotzen hier, echt. Okay, ich hab mein ganzes Equip wieder. Hoffe ich zumindest, dass das alles war. Ja, doch, es sieht dann auch aus. Mark, hier geht's noch weiter. Hm? Hier geht's noch weiter. Wie jetzt? Ja, in diesem Abteil hier noch. Das ist ja noch... Das ist ja nur ein kleiner... Das ist ja eigentlich der kleinste Teil von dem, was wir bis jetzt gefunden haben. Ja. Wo bist du denn hingelatscht? Am Eingang. Moment, ich komm eben zu dir. Stopp, komm zurück. Wohin? Hier? So, ich bin neben dir. Ah, hier. So, komm. Oh, das hört sich hier. Kommst du? Hallo. Oh. Hallo? Ja, ich hab hier Zombies gesürzt. So, ich folge dir. Und zwar jetzt gleich. Da. So. Ach ja, du hast ja den... Ah, nee, der bringt dir ja überhaupt nichts. Doch, eigentlich ist denn was schon. Was denn? Dein Karten-Mod. In die Karten. Ja, der bringt mir teilweise was. Der bringt dir was, den Ausgang wieder zu finden. Zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwo Punkte setze oder so. Oh, ich mach mal die Schienen, ne? Ja. Aber es hört sich nach Zombie an, aber egal. Ich guck schon mal weiter. Ich lauf aber nicht zu weit weg, versprochen. Ich weiß, du weißt, wo der Ausgang ist. Ich nicht. Deshalb hab ich dich in meiner Gewalt. No, Alter, wir brauchen... Also, könntest du auch für mich wegzuschubsen? Danke. Ja, hier ist nur gerade alles im Weg. Ich guck mal, was da unten beim Wasser ist. Oh Gott. Okay. Hier waren... Ach, nee, waren wir noch nicht. Okay, hier ist der Gang zu Ende. Und in die andere Richtung. Marc, wir sind am Ende. Wir sind am Ende? Ja. Aber irgendwie höre ich hier noch... Hier muss ganz... Hier ist ganz viel Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich bin im Wasser, ne? Also, falls... Wo bist du? Was für ein Wasser? Achso. Also, da hinten geht's nicht mehr weiter. Also, sind wir fertig? Jo. So, und hier ist der Ausgang. Ah! Ich mach mal hier ein bisschen was weg, ne? Damit man den besser sieht. Jo. Moment, wo geht's hier hin? Oh nein. Bitte nicht, Marcel. Nein, hier waren wir schon. Hier bin ich doch hergekommen vorhin. Ich hänge den Spinnenweben fest. Geht weg, ihr Hässling. Danke sehr. So, wo ist eigentlich das Bett? Äh, unten in der Hauptthöhle. Das, ich glaube, das hier ist die Hauptthöhle. Ja. Welches Bett gehört mir? Ist egal. Ich hab das erste. You can only sleep. Egal, dann kann ich ja endlich mal die ganzen Mineralien wegschmelzen. tun. Wegschmelzen lassen. Ja. Äh, wegschmelzen zum einen und, äh, String, äh, kann ich hier mit rein, äh, einmal fackeln. String ist hier in der anderen Kiste. Ja, ich kenne, äh, Rails sind bestimmt auch in der anderen Kiste, ja. 64 habe ich einmal und, äh, C. Kannst einfach Shift drücken, dann wird das, wie gesagt, automatisch einsortiert. Mhm. So, äh, schmelzen, äh, was wird hier geschmolzen? Ah, hier, sehr schön. Tun wir es einfach hier rein, 14 haben wir da noch, das heißt, wir schmelzen hier mal. Äh, hier auch noch. Äh, Rottenfleisch. Kommt am besten hier, ne? Ist egal. Ich mach mal hier Knochen rein. Gunpower. Ist in der ersten Kiste. In der ersten Kiste. Ich mach das einfach mal, so. Gut, cool. Äh, Kohle. Kommt. String kommt hier rein. Kohle da. Wir haben so viel Eisen. Ist doch gut. Oder? Ich mein, dass wir das gefunden haben, ist schon echt fettes Glück. Guck's dir an, wie viel wir haben. Wir haben über drei Stacks. Und hier ist also der Creepergang, laut Moritz. Viele Creeper. Gibt's einen Creeper-Spawner eigentlich? Äh, hab ich noch nie gesehen. Warum geht diese Kiste hier eigentlich nicht mehr zu? Das ist manchmal verpackt. Okay, und ich kann... Ist es jetzt endlich Nacht? Nein. Ich bleib so lange, weil ich muss unbedingt schlafen. Dann machen wir auch aus. Dann reicht das auch erstmal. Und Marcelo muss... Muss aber dann auch sehr lange warten, weil die Sonne geht gerade erst auf. Jetzt ehrlich? Ja. Wie lange dauert das so ungefähr? Zehn Minuten. Da, das ist... Das ist toll. Äh, was haben wir denn hier? Äh, Haupthöhle. Das geht hier rein. Ich hab überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich... Ich wollte mir eigentlich in Waypoint setzen, aber auch egal.